hallo meine lieben ich wurde in der letzten zeit wieder öfter von damen kontaktiert die nicht wissen wo es in berlin sexy latex kleidung zu kaufen gibt so da kann ich euch was frauen betrifft natürlich wenn es um kleider geht die farben froh sind und einfach extravagant was sich eine lady eine junge dame vorstellt bekommen kann und zwar service schwer service schwer ist in berlin in der grünberger straße 16 und ich habe sogar hier fällt mir gerade ein kleines heftchen von service schwer da sind dann aus der abbildung was man so kaufen kann für tolle outfits man kann sich allerdings natürlich auch auf maß sachen machen lassen ja ein sexy mantel für das freche böse mädchen eine kleine uniform oder auch hier eine tolle kreation etwas freizügiger also hier bei service schwer gibt es schon eine ganze menge zu erwerben einfach mal am besten vorbeischauen im laden zu den öffnungszeiten und die inhaberin die vor ort ist das ist die hey die das ist eine ganz bezaubernde junge dame die wird dir dann auch helfen wenn du nicht weißt was genau du eigentlich haben willst also was beratung betrifft da ist sie super und wenn dir die sachen selber nicht gefallen sollten die es dort gibt wie gesagt wenn du ein kleid hast was dir aus stoff gefällt was du selber hast kannst du das natürlich auch vor ort mitbringen und hey die zeigen und da kann sie dir aus latex was tolles zaubern versucht es einfach mal wie gesagt das ist der shop den ich euch empfehlen kann also mädels ran ab zum laden viel spaß so Ja.